Die Finalisten für den Deutschen Gastro Gründerpreis 2022, den wir am 30.04. auf der InterNorga verleihen werden, die stehen fest. Wir freuen uns über ganz, ganz tolle, spannende Konzepte, über ganz tolle und authentische Gründer. Und mit dabei am 30.04. im Finale ist das Konzept Beetschwester, die Community Kitchen aus München, Flietenfranz aus Trier, dann haben wir Lordis, beziehungsweise Lordi kocht aus Hamburg und Nudel und Holz. Ganz, ganz spannende Konzepte, seid dabei am 30.04. in Hamburg auf der InterNorga, 14 Uhr. Wir übertragen das Ganze auch über Social Media, ihr könnt auch live mitvoten bei der Live-Übertragung. Folgt uns einfach und seid dabei. Bis zum 30.04. Bis zum 30.04.